Ich will keine U´s, keine A´s. Dafür sind wir nicht hier, ok? Pass auf! Warum gibt es in der Türkei keine Samenbänke? Weil die ganzen Wichser hier leben. Was haben Türken und Spermien gemeinsam? Nur einer von 6 Millionen arbeitet. Alter Schwede. Ja, es wird noch härter. Das ist meine Runde, Mann. Was haben Kurden und Blinde gemeinsam? Beide haben noch nie ihr Land gesehen. Egal, dafür bin ich da. Ich nehme alles auch nicht. Warum spielen Araber keinen Schach? Weil die Dame sich frei bewegen kann. Das war natürlich ein Scherz. Warum spielen Araber keinen Schach? Weil man die Dame nur einmal schlagen kann. Ein Polizist hält den Polen an und sagt, entschuldigen Sie bitte, wir suchen einen Dieb. Sagt der Pole. Ich mach´s. Was macht ein Arab am Treppenhaus? Hochgehen. Ich weiß, dass ihr von dieser Runde nichts senden werdet. Ich weiß es! Ihr Feigensäue! Deswegen können wir einfach so weitermachen. Ein Flüchtling geht zum Arzt und sagt, Herr Doktor, ich habe immer Augenschmerzen beim Sex. Sagt der Arzt nochmal, das liegt am Pfefferspray. Oh, hey, oh. Ja, hey, das sagt noch ein, hey, oh. Gut. Ich kann eigentlich den Witz von eben zu Ende erzählen. Der passt hier auch rein. Der Lehrer sagt, Stefanie, buchstabil bitte Mama. Stefanie steht auf, Mama, vier Buchstaben. M-A-M-A. Sagt er sehr gut, Stefanie, hinsetzen eins. Er sagt, Markus, buchstabil bitte Papa. Markus sagt, Papa, vier Buchstaben. P-A-P-A. Sagt er sehr gut, Markus, hinsetzen eins. Er sagt, Mustafa, buchstabil mal bitte Rassendiskriminierung. Ah, 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 ah. Hey, sehr gut, Herr. Hey. Chapeau, chapeau kleiner Mann. He, he, he.